Jeder kennt die Produkte von eFollower. Egal ob online oder offline, am PC, Tablet oder per Smartphone. Von überall kann man Fotoprodukte bestellen. Und es funktioniert immer, denn unsere Software ist intuitiv zu bedienen. Unser höchstes Ziel sind zufriedene Kunden, die Freude an unseren Produkten haben. Wir entwickeln Softwarelösungen für das Web, für Desktop-Umgebungen und auch Apps für Apple, Google und Microsoft-Welt. So können unsere Kunden ihre Produkte designen und gestalten, wo sie sich am höchsten fühlen. Und darum ist es auch so spannend, als Entwickler bei eFollower zu arbeiten, weil man technologisch immer mit vorne dabei ist. Wir verzeichnen über 2 Millionen Installationen des Windows Designers und unsere iPhone-App wird über 7000 Mal pro Monat heruntergeladen. Das sind schon Zahlen, die für sich sprechen. Als Softwareentwickler arbeite ich immer mit den neuesten Entwicklungswerkzeugen und bin so State of the Art. Ich arbeite in einem Team von 20 Softwareentwicklern am Schweizer Hauptsitz. Besonders gefällt mir, dass ich das Resultat meiner Arbeit direkt sehe. Das eFollower Entwicklungsteam wächst und sucht kompetente und engagierte Verstärkung in all seinen Softwarebereichen. Ich arbeite gerne bei eFollower, weil wir innerhalb unserer Aufgaben selbstständig arbeiten können und viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Mir gefällt es, dass ich mich weiterentwickeln kann. Ich darf Fachkurs und Seminare teilnehmen. Mir gefällt die Lage direkt am See und verkehrstechnisch ist Kreuzlingen sehr gut angeschlossen. Es ist auch ein idealer Wohnort für Familien. Mir gefällt es gesellschaftlich bei uns. Ich freue mich immer auf die tollen Grillpartys, die wir im Sommer haben. eFollower ist ein internationaler Online-Dienstleister für personalisierte Fotoprodukte. Millionen Kunden vertrauen uns jährlich ihre Bestellungen für verschiedenste Fotoprodukte an. In der Schweiz zählt eFollower zu den größten Online-Unternehmen. eFollower wächst seit Jahren erfolgreich und ist ein attraktiver Arbeitgeber. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 300 Mitarbeitende, davon rund 200 in Kreuzlingen und 100 in Helsinki. Technologisch sind wir immer auf dem neuesten Stand und Fortbildung wird bei uns groß geschrieben. Möchtest du ein Teil der Erfolgsstory sein? Dann kommt's zu dir, Ivorlo. Wir freuen uns auf dich. Glockenzeichen Tau Glockenzeichen Tau